Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023. Heute zum Finale der Tour de France. Wir starten direkt rein in eine Berggetappe. Tau gegen Hart und Co. versuchen in die Ausreißergruppe zu gehen. Lennart Kemmler, natürlich, wie sollte es auch anders sein, startet ganz hinten, was es dadurch relativ schwer macht in die Ausreißergruppe zu kommen, aber ich will es hier in der dritten Woche noch mal versuchen. Was haben wir heute? Die letzten fünf Etappen stehen an. Ich glaube zwei Berg, zwei Flach und einen Zeitfahren. Und natürlich ist das Ziel, die Gesamtwertung zu gewinnen, das ist ja ganz klar. Und gerne währenddessen noch die eine oder andere Etappe gewinnen. So, was bahnt sich hier vorne an? Ich versuche mal mit Kemmler und van Poppel in die Ausreißergruppe zu kommen. Gegen Hart haben wir dabei. Ja, ansonsten können wir die Gruppe erstmal so ziehen lassen. Mal schauen. Laporte. Bis mal Lisebeink hat natürlich wieder was dagegen. Noch knapp 100 km und inzwischen hat sich die Lage ein wenig beruhigt. Die 14-köpfige Ausreißergruppe mit Van Poppel und Kemmler steht soweit. Und im Hauptfeld sind es jetzt hauptsächlich UAE und Wismar, die hier die Nachführarbeit machen. Wir müssen gerade gar nicht das Feld anführen, denn die haben Bock, die wollen hier in den Bergen natürlich noch mal angreifen und fahren relativ zügig hinterher. Also so mehr als zweieinhalb Minuten steht er aktuell nicht auf der Uhr für die Ausreißer. Am ersten Anstieg hat jetzt aber auch sogar Team Ineos übernommen. Mit Filippo Ganner, der hier relativ nah an die Ausreißergruppe rankommt. Aber unsere Jungs haben ja auch noch ein bisschen Reserven. Acht Kilometer geht es noch berghoch am Col de Perisurt. Dann Abfahrt, direkt wieder in den nächsten Anstieg. Ja, eigentlich jetzt nur noch hoch und runter. Das Schwerste wartet am Ende. Col de Poitier. Fast 9% im Durchschnitt. 16 Kilometer lang. Ja, dreiviertel Minute. Man ist da schon fast wieder dran. Das grüne Trikot. Hier hat sich schon Gropetto gebildet. Die sind schon abgehängt. Jetzt vorne ist tatsächlich so, dass hier das Hauptfeld fast dran ist. Ich versuche jetzt mit Lenny noch mal wieder wegzufahren. Bisschen können wir von Poppel hier noch als Helfer nehmen. Mal schauen, ob Kemner es hier schafft, sich alleine noch ein bisschen abzusetzen. Wer weiß, wie Ineos hier jetzt weitermacht. Ich meine, die Bergpunkte sind für uns jetzt nicht so relevant. Wenn, dann würden wir die nur im Vorbeigehen mitnehmen. Und danach sieht es jetzt auch sehr stark aus. Kemner hat jetzt fast 2 Minuten 30 rausgefahren, denn so, jetzt seht ihr uns hier an der Spitze. Ineos hat irgendwann aufgegeben. Ich kann jetzt hier auch mal... Und ein bisschen können wir es noch durchziehen. Bis oben. 3 Minuten Zeitabstand rausfahren. Kemner ist natürlich keine Gefahr fürs GC. Der ist 1 Stunde 17 zurück. Hat jetzt 3 Minuten Vorsprung. Ist natürlich völlig auf sich alleine gestellt. Nicht das ideale Szenario. Aber wir gucken mal, wie weiter da kommen kann. Währenddessen hat sich im Hauptfeld Chris Harper ein bisschen abgesetzt, weil er ein paar Bergpunkte holen wollte. Aber ansonsten übernimmt Ineos hier die Führung. Wir warten dahinter aufmerksam, was denn so passiert. Hauptfeld hat sich ein bisschen zerteilt. Aber denke ich wird in der Abfahrt noch mal ein bisschen größer. Und dann geht es direkt zum nächsten Berg. Und da sind wir jetzt auch drin. Ineos hat schon Bock. So ist es ja nicht. Ahrens Mann. Er ist eigentlich der Bestplatzierte in der Gesamtwertung. Rodriguez 9. Thomas 7. Also ganz weit vorne sind die ja auch ehrlich gesagt nicht. Waren auch die Verlierer der ersten Woche. Jetzt auch wieder am Anschlag. Und dann wird rausgenommen. Deplus führt jetzt das Feld an. Chemna. Ja, wir nehmen mal so ein bisschen raus. Ja, ich glaube die werden den gleich einholen. Ich versuche einfach noch mal weiter durchzuziehen. Vielleicht schafft er diesen Berg noch vorne zu überstehen. Das wäre gar nicht so schlecht. Aber ja, jetzt kommen die doch zu nah dran. Knapp nur noch 20 Leute. Als Helfer können wir den jetzt auch nur noch bedingt brauchen. Schauen wir mal, wird hier jetzt direkt weiter gefahren. Ne, aktuell wird ein bisschen rausgenommen. Bis zu den Attacken. Thomas, Yates, Carapaz, van Eedveld. Da brennt jetzt nicht direkt was an bei uns. Wir gehen erstmal dahingehend über. Chemna führt das Feld an. Hindley, Roglic unweit dahinter. Mit diesen vier und plus Martinez, der hängt dahinter. Da will ich nochmal zusammenbleiben. Wir können die vorne jetzt erstmal ein bisschen wegfahren lassen. Die sind jetzt nicht so gefährlich. Insofern war das mit Chemna jetzt gar nicht so scheiße. Die letzten 500 Meter, das soll wohl noch passen. Das heißt, wir haben jetzt im Peloton, wenn man so möchte, in der GC-Gruppe nur noch 15 Fahrer und wir sind mit vier Leuten dabei. Diesmal sind wir also im Vergleich zu UAE genauso gut aufgestellt, zumindest von der Anzahl her. Die vorne haben jetzt zwei Minuten rausgefahren. Okay. Aber es ist ja noch sehr weit. Schauen wir uns mal das Profil von dem letzten Anstieg an. Ganz unten ist es direkt relativ steil. Zwischendrin nochmal, dann haben wir so eine ganz kleine Abfahrt. Und die letzten 200-300 Meter sind nochmal richtig steil. Van Wilder und Coos haben sich so ein paar Meterchen abgesetzt. Vorne die vier immer noch beisammen. So, dann sind es nur noch acht. Oh, wo ist denn Pogacar? Oh, was ist denn hier los? Da hat man ein bisschen geschlafen bei UAE. Almeida, Ayuso, Adam Yates, Tadi, Pogacar, Wout van Aert. Okay, die sind in der Abfahrt nochmal ein bisschen zusammengekommen. Aber die waren in dem hinteren Teil. Van Wilder und Coos hatten ein bisschen Tempo gemacht. Und dann hat man ja ein wenig den Postabgang hier verpasst. Mal gespannt, also das Loch war ja jetzt nicht besonders groß. Er hat auch noch einige Helfer. Da sieht man die anderen noch, aber es ist erstmal eine Lücke da. Was wir jetzt machen, ist natürlich Chemner und auch Martinez rauszunehmen. Und dann mit dem Rest so weiterzufahren. Evenpool ist noch am Hinterrad. Harper, Dunbar, Rodriguez, die sind nicht gefährlich. Wir wollen natürlich nach Möglichkeit Remco hier loswerden. 10 Kilometer sind es immer noch berghoch. Aktuell sieht es für uns ziemlich gut aus. Wir haben Hindley, der kann noch ein bisschen. UAE kommt hier noch. Pogacar auch nicht in Panik. Ich denke, die werden auch einen ganz guten Rhythmus fahren. Aber hoffentlicherweise nicht mehr an uns rankommen. Wir sind jetzt gerade in einem Stück, wo es etwas flacher wird. Ganz kleine Abfahrt. Sind immer noch die gleichen beisammen. Vorne hat sich Richard Carapaz etwas absetzen können. Auch der hat aber immer noch 7,5 Kilometer. Also es ist wirklich sehr, sehr lang. Immer auf eine 70 runter mit Jai. Panwilda sieht mir heute irgendwie stärker aus als Evenpool, wenn ich ehrlich bin. Und ich frage mich, was die da machen. Ja, dockt er jetzt vielleicht mal bei seinem Teammate an? Also okay, das kann sein. Jo. Hat sich dann weshalb abgesetzt. Aber da brauchen wir jetzt nicht irgendwie paniken. Jai Hindley heute auch sehr stark. Wie gesagt, Vanwilda auch echt Hut ab. Und wir haben alle anderen gedroppt. Und UAE, ja, hier immer noch zu dritt. Aber die Lücke geht immer weiter auf. Jetzt sind wir da schon bei über einer Minute. Roglic gleich allein unterwegs. Mit einer 70. Händley einen starken Job gemacht. Roglic nur wenige Meter hinter Remco Evenepol. Vorne sind die vier wieder zusammen. Ich denke, Remco und Primoz werden da gleich ranfahren. Ja, oder auch nicht. Vorne zerlegt man sich. Kackpass, der eben ja mal attackiert hatte, wird jetzt abgehängt. Von Evenepol eingeholt. Von Roglic auch. Alter, Remco ist heute tatsächlich sogar wahrscheinlich leider stärker als Roglic. Kann ich unseren Jungs keinen Vorwurf machen. Boah, der zieht jetzt nochmal richtig. Alter, hat uns hier schon eine halbe Minute distanziert. Wir schauen mal, was vorne passiert. Immer noch alles sehr dicht beieinander. Die Schnecken hier jetzt die letzten Meter hoch. Keiner kann mehr so wirklich. Sodass es hier wirklich ein Sprint wird, der ziemlich langsam ausgefahren wird. Simon Yates gewinnt. Ein paar Zeitabstände gibt es hier natürlich. 120 glaube ich hat er ungefähr. Boah, 40 Sekunden verlieren wir. Und Adam Yates und Tadej Pogacar kommen relativ nah noch heran. Ja, leider doch eher ein Verlust. Da kommt Hindley mit Ayuso. Jai hat einen starken Job gemacht. Kann man nicht anders sagen. Aber echt stark die Remco Ebene Pole hier selbst im Hochgebirge. Mit einer 77 Berg und sie ordentlich Zeit abnimmt. 42 Sekunden. Wie sieht die Gesamtwertung jetzt aus? 3 Minuten und 3. Zum Glück hatten wir ja beim letzten Mal eine Etappe, wo wir eben auch Zeit abgenommen haben. Aber der hat sich jetzt ein wenig zurückgekämpft. 3 Minuten 3 ist immer noch komfortabel. Das ist okay. Aber gleich auf der nächsten Berg Etappe darf es nicht auch wieder in diese Richtung gehen. Hindley fällt schon deutlich zurück, weil Simon Yates und Aaron Thomas hier ordentlich aufgeholt haben. Pogacar auch nur noch auf der 5. Krass. Und dann wollen wir das Ganze doch noch mal nach Hause schaukeln auf der letzten Berg Etappe. Natürlich ist die Tue danach noch nicht vorbei. Ja, aber Col du Tourmalet und Luis Adi Den nochmal kurz, aber knackig. Die letzte richtig schwere Berg Etappe. Wir haben vorne sieben Ausreißer. Dazu wollen sich noch drei weitere Gesellen. Moritz, Bardet und Steph Krass. Der bestplatzierte ist glaube ich Tau, wobei der ist eben weiter zurückgefallen. Aber nominell würde ich sagen der beste Bergfahrer. Am Anfang ist es jetzt eigentlich fast überwiegend flach, leicht ansteigend. Wir haben niemanden in der Ausreißer Gruppe und ich will tatsächlich noch mal ein bisschen offensiv was versuchen. Nicht mit allzu hohem Risiko, aber die Teamstärke ausnutzen. Und wir wollen an dem Tourmalet insbesondere das Tempo anziehen. Und bis dahin kontrollieren wir erst mal so ein bisschen den Abstand. Col du Tourmalet auf eine Höhe von 2100 Meter geht es da hinauf. Oben rechts seht ihr die Zahlen fast 14 Kilometer lang. So die ersten Ausreißer haben wir hier eingeholt. Und ja klar baut von Art attackiert jetzt direkt in den Fuße des Anstiegs hinein. Jetzt sind da in der Gesamtwertung 26 Minuten Rückstand. Das Hauptfeld ist noch komplett beisammen. Aber wir haben jetzt schon ordentlich Dampf gemacht mit unseren ganzen ebenen Fahrern. Vor allem Haller und Van Poppel natürlich dann im flachen. Und jetzt geht es noch 9,5 Kilometer berghoch. Wir fahren jetzt auch nicht komplett am Anschlag, aber kontrolliert von vorne. Das heißt, je länger es so läuft, desto besser für uns. Vor allem am Schlussanstieg jetzt nicht, dass das nichts wäre, aber er ist schon leichter als dieser. Es geht eigentlich. Ne, Tourmalet sieht aber echt schlimmer aus. Ist ein bisschen steiler, Luis Adi, denn ist ein bisschen gleichmäßiger und geht allgemein nicht ganz so weit hoch. Also das hier ist jetzt der schwerste Anstieg. Immer noch ein Ausreißer vorne, 4,5 Kilometer. Noch gucken wir mal. Oh, das Taufeld ist ja noch riesig. Dann sollte ich vielleicht doch etwas aufpassen und eingestehen. Wir haben nicht unbedingt die besten Beine mit unserem Team heute. Martinez will ich glaube ich nicht direkt jetzt schon Opfern. Also wir chillen mal so ein bisschen, lassen vorne von Art von mir aus die 20 Punkte am Tourmalet holen. Und dann geht es hier am Schlussanstieg noch mal frisch ans Werk. Geile Helikopteraufnahme hier. Immer noch 50 Mann beisammen. Der Rest hat sich jetzt hier so ein bisschen gesplittet, aber der große Angriff der anderen ist jetzt noch ausgeblieben. Kemna ist in der Abfahrt wieder zurückgekommen. Den können wir dann auch noch als Helfer benutzen. Ich hoffe, wir können Kemko heute noch ein paar Sekündchen abnehmen, aber wenn nicht, nichts verlieren. Drei Minuten sollte dann eigentlich ja wohl reichen im Zeitfahren. Wie sieht es aus? Wer will noch mal attackieren? Pogacar jetzt kommt er 9 Kilometer vorm Ziel. 5 Minuten Abstand. Evnopol attackiert ebenfalls, aber so ein bisschen halbherzig. Wir können erstmal noch sitzen bleiben. Ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn Pogacar vielleicht den Evnopol ein bisschen aus der Reserve lockt, damit der da hinterher fahren muss. Wir sind relativ weit hinten. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Da wurden wir ein bisschen überrollt. Ja, Pogacar fährt jetzt hier von vorne, aber kann sich nicht wirklich absetzen. Lässt das Ganze jetzt sein. Immer noch viel zu viele Fahrer hier. Das macht es ein bisschen schwer, da durchs Feld zu kommen. Alter, sind wir weit hinten. Aber man sieht auch, die Geschwindigkeit ist noch relativ hoch, weil der Anstieg halt gar nicht so steil ist. Jetzt bleibt es die ganze Zeit so bei 7, 8 Prozent. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit denen tauschen wollen, aber 48 Leute. Das ist schon noch eine große Anzahl. Jetzt übernimmt hier sogar Lotto von Elfeld attackiert. Karapaz, Pogacar. Da kommt Evnopol auch. Baut von Art wird jetzt wieder eingeholt. Gehen wir mal auf eine, ja doch, gehen wir wieder auf eine 80. Eigentlich müssen wir nur auf Remco achten. Der Rest ist jetzt nicht so relevant. Wenn wir den jetzt nochmal so ein bisschen distanzieren könnten, aber ich befürchte, der Anstieg hier war nicht schwer genug, dass wir da wohl durchziehen können. So, Hindley bringt Roglic mal ins Finale rein. Kommen wir dann nochmal an Van Edfeldt und Pogacar ran. Das ist die Frage. Ich befürchte ehrlich gesagt nicht. Wer hat jetzt noch die besten Beine? Wir folgen mal Garen Thomas. Oh, Thomas schließt tatsächlich die Lücke nochmal. Geht hier vorbei. Roglic kann nicht mehr zusetzen und wird somit am Ende noch ein bisschen verlieren. Aber auch Evnopol ist weg vom Fenster. Komische Ankunft hier oben, wenn man mal ehrlich ist. Garen Thomas, nicht unbedingt als spritzigster Fahrer bekannt, aber kann sich hier im Sprint durchsetzen. Pogacar zweiter vor Van Edfeldt. Roglic verliert minimal Zeit, aber immerhin ein kleines Loch geht auf zu Remco Evnopol. Also so ein paar Sekunden werden wir wieder gewinnen. Am Ende habe ich das Gefühl, geht unseren Jungs so ein bisschen die Luft aus. Zumindest so mein Eindruck oder mein Gefühl. Hier nochmal 18 Sekunden, glaube ich, zugelegt. Hindley wird durchgereicht. Bisschen schade anzusehen. Ich hatte insgeheim gehofft, er könnte auf dem Podium bleiben. Aber davon musste er sich jetzt auch schon länger verabschieden. Pogacar ist wieder etwas näher herangekommen. Also ich würde sagen, der Kampf ums Podium ist noch offen. Bevor wir allerdings zum Zeitplan kommen, gibt es nochmal entweder eine Sprintetappe oder einen Tag für die Ausreißer. Und es sieht eher gerade nach dem zweiten Szenario aus. Denn hier vorne, wenn die sich alle zusammenschließen, haben wir tatsächlich 24 Fahrer, wenn ich mir nicht verzählt habe. Aber die sind alle meilenweit zurück in der Gesamtwertung. Ja, wir sparen unsere Kräfte. Sollen die den Tagessieg unter sich ausmachen. Oder die Sprinter-Teams das Ganze nochmal zusammenfahren. Es kommt zum Sprint aus der Ausreißer-Gruppe. Und da gewinnt am Ende Benjamin Thomas von Champeson und Hugo Uhl. Ja, genauso spektakulär, wie ich das jetzt gerade präsentiert habe, war es auch. Die sind einfach mit 24 Mann komplett ins Ziel gefahren. Keiner hat vorher versucht zu attackieren. Im Hauptfeld hat die KI nichts gemacht, bis es dann irgendwann zu spät war. Jetzt ballert Jumbo wie bekloppt. Warum auch immer, es geht um Platz 25. Wir haben keine Zeit verloren. Alles entspannt und dann geht es ins Zeitfahren. 30,6 Kilometer flach. Kampf Mann gegen Uhl. Formhöhepunkte sind jetzt bis auf Van Poppel alle gerade weg oder am Auslaufen. Passt zeitlich also ziemlich gut. Ich hoffe, Roglic hat heute nicht allzu schlechte Beine. Den Vorsprung sollten wir ja wohl halten können. Ich denke aber, Roglic wird dieses Zeitfahren nicht gewinnen. Da tippe ich mal auf einen von Evenepoel, Van Aert oder Ghana. Wir sind jetzt bei den letzten 25 der Gesamtwertung. Und holy shit, haben all unsere Jungs heute eine schlechte Tagesform. Zumindest bis Martinez. Ich hoffe jetzt für Martinez, Hindley und Roglic. Wobei Martinez ist auch nicht mehr so wichtig. Aber er könnte nochmal eine gute Zeit setzen. Gerade natürlich für Roglic. Alle anderen mit minus 2 bis minus 3. Ja, Filippo Ganna hat ein deutlich schlechteres Zeitfahren hier hingelegt, als ich gedacht hätte. Der liegt im Ziel eine Minute 5 hinter dem führenden Stefan Küng. Van Aertpoel auch mit einer starken Zeit. Lennart Kemmer kommt jetzt gleich ins Ziel. Ist auf den letzten 200 Metern. Mal schauen, was der so hingelegt hat. 3 Minuten 40 Rückstand. Ich hoffe mal, Martinez kann so bei 1, 1, 30 ungefähr sein. Höchstens an Abstand. Also ein ganz solides Ergebnis. Vielleicht auch noch einen Tacken besser. Er war gerade vierter bei der zweiten Zwischenzeit. Wout van Aert. Wout van Aert. Beim ersten, bei der ersten Zeitmessung jetzt zwei Sekunden hinter Stefan Küng. Da könnte Wout natürlich die Bestzeit angreifen. Jay Hindley geht jetzt von der Startrampe mit einer 78. Er hat Tines im Ziel. Da haben wir gerade die Einfahrt verpasst. Dritter Platz. 22 Sekunden Abstand. Starkes Ding. Er hat natürlich noch gute Beine. Ich meine, der kam natürlich jetzt in der Gesamtwertung hier auch nicht auf sein eigentliches Potenzial, auf seine Kosten. Naja, starke Helferdienste. Er ist ein bisschen weiter zurückgefallen, als ich erwartet hätte. Aber irgendwann habe ich dann ja auch einfach Zeit kassiert. Also das heißt, ob der jetzt 25. oder 23. wird, ist denke ich völlig egal. Wie sieht es hier sonst so aus? Carapaz. Carapaz und Hindley. Okay. Ja, mit einem guten Tag könnte Jay die 40 Sekunden hier noch zu fahren. Hitler ist jetzt nicht der begnadetste Zeitfahrer, aber okay. Dann Progi. Thomas. Yates. Alle nicht schlecht in Zeit fahren. Simon Yates in echt immer sehr wechselhaft, würde ich sagen. Hat sich da aber, glaube ich, zuletzt auch ordentlich gesteigert. Wie sieht es hier aus? Ebenepult 3, 21. Und jetzt ist es soweit. Roglic geht von der Startrampe. Hat heute gute Beine. Hoffentlich nochmal beflügelt und motiviert. Vom gelben Trikot wollen wir hier nochmal einen guten Abschluss. Jay Hindley 1, 10. Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Carapaz. Holy shit. Na, ich hoffe, das Pacing war einfach ein bisschen anders. Mit Martinez haben wir am Ende auch nochmal aufgeholt. Roglic schafft 5 Sekunden Abstand. Thomas 12. Ja, die tun sich alle nicht so wirklich viel. Simon Yates kommt dann gleich als Nächster da durch. Das nehmen wir nochmal eben kurz mit. Was sagt hier die Zwischenzeit? 35 Sekunden. Ebenepult übernimmt die Führung. Ja, wenig verwunderlich. 6 Sekunden vor Küng. Ich tippe mal auf 30 Sekunden Abstand von Roglic. 59. Ja, okay. Einfach weil das Pacing ein bisschen anders aussieht. Aber machen wir uns da nochmal nicht in die Hose. Schließlich können wir hier am Ende nochmal beschleunigen. Ayuso überholt. Carlos Rodriguez. Fort Fanat ist übrigens zu schnell angegangen. Im Ziel nur Dritter. Nur in Anführungszeichen. Aber da sogar nur eine Sekunde schneller als Dani Martinez. Hindley 1,58 bei der zweiten Zwischenzeit. Gleich auf den letzten vier Kilometern. Carapaz, ja gut. 1,23. Geht wahrscheinlich heute tatsächlich nichts, dass wir Carapaz da überholen können. Alter, Ebenepult ist auch einfach eine Maschine. Der holt sogar Simon Yates hier ein. Der auch nicht schlecht unterwegs ist, aber der überholt den einfach mal. Hintley kommt jetzt ins Ziel mit einem Abstand von zwei Minuten und einer Sekunde. Aber erstmal auf die Zeit von Küng. Remco ist ja noch deutlich schneller. Roglic hat jetzt schon aktualisiert einen Abstand von 1,28 auf Remco Ebenepult bei der zweiten Zeit. Ich sollte einfach nur nicht übers Limit gehen. Wir werden nochmal ordentlich auf die Fresse kriegen. Aber es reicht easy um in Führung zu bleiben. Aber der kleine Belgier untermauert hier nochmal seine Zeitfachqualitäten. Oh, hast du gedacht? Am Ende hat sich Stefan Küng hier das Ganze am besten eingeteilt. Ja, wir auch nicht so optimal. Gehen jetzt ein bisschen leer. Ebenepult eine Sekunde hinter Stefan Küng. Aber das gönne ich doch dem Stefan. Bin ich early, ne? Also das nehmen wir doch gerne mit 1,37. Die Gesamtwertung sieht dann so aus. Roglic gewinnt vorebene Polen mit 1,45 noch Abstand. Pugaccia auf der 3. Ja, hat sich da noch an Thomas und Yates. Alter, Yates wurde ordentlich durchgereicht. Vorbeigeschoben. Hindley auf der 7. Martine ist wirklich mit einem starken Zeitfahren. 23 Sekunden Abstand nur auf die Siegerzeit. Roglic war dürftig für sein Können. Aber es hat ja am Ende gereicht. Also man muss sagen, es wurde am Ende immer weniger souverän. Naja, was wäre, wenn diese Windetappe nicht gewesen wäre. Aber gehört natürlich auch mit dazu. Also am Ende, sofern wir jetzt die letzte Etappe noch heil überstehen. Kommen wir gleich zu. Dann ist es soweit. Und er hat das Gelbe endlich gewonnen. Ganz am Ende natürlich klassisch nochmal eine Sprintankunft auf dem Champs-Élysées in Paris. Es ist soweit. Wir sind hier in Paris unterwegs. Es sind noch 90 Kilometer. Wir führen das Feld an. Da gibt es die übliche Ausreißergruppe. Und ich wollte den Moment aber schon mal hier mitnehmen. Wir genießen schon mal eine Zieldurchfahrt. Hier vor der schönen Kulisse stehen noch nicht ganz so viele Zuschauer am Rande, wie ich das gerne hätte. Los, stellt euch da noch hin. Bejubelt euren neuen Champion, den Tour de France Sieger. Primoz Roglic. Ja, ob wir das in echt nochmal sehen werden. Ich weiß es nicht. Aber hier ist es uns tatsächlich gelungen, endlich die Tour de France mit ihm zu gewinnen. Somit hat er auch das Meisterwerk vollbracht, alle drei Grand Tours mindestens einmal zu holen. Wir haben vorne übrigens eine ziemlich starke Ausreißergruppe. Jetzt unter anderem mit dem Weltmeister Mathieu van der Poel. Und das Hauptfeld hat sich relativ lange Zeit gelassen, um da nachzuführen. Wir haben natürlich eh nicht unbedingt so den Sprinter von Poppel heute auch nicht mit den besten Beinen. Aber hier Wismar versucht es natürlich für Wout van Aert. Die haben das stärkste Team und die schaffen das denke ich jetzt auch noch das Loch hier zu schließen. Aber wenn die nicht wären, keine Ahnung, ob die anderen es geschafft hätten. Vielleicht kann ich auch gleich mal bei der letzten Tunnel Durchfahrt, da geht es ja einmal kurz runter und steil wieder hoch. Nur für ein paar Meterchen. Ich versuche mal ein bisschen Gas zu geben, sodass wir uns hier absetzen können. Denn so straight up im Sprint, glaube ich, haben wir hier eh keine Chance. Wir versuchen es einfach mal ein bisschen Tempo zu machen. Unsere Jungs haben jetzt auch nicht mehr die aller frischesten Beine. Aber jetzt wird das hier auch so ein erfahrenes Ding. Ich versuche mal so gut es geht, vielleicht Marco Haller in eine aussichtsreiche Position zu bringen. Ich habe auch schon daran gedacht, ob ich vielleicht noch mal attackiere. Aber ich glaube, das Tempo ist so hoch, da kommt man eh nicht noch mal wirklich weg. So fünf Kilometer noch. Wir haben jetzt die Ausreißer gleich gestellt. Jawohl. Und van Poppel führt jetzt unsere Herren hier an. Lang sieht es jetzt gar nicht so scheiße aus. Aber wir können halt nicht sprinten. Also zumindest nicht so besonders gut. So, Martinez zieht jetzt mal auf der linken Seite an. Dann sprinten wir mal mit Marco Haller und Primoz Roglic. Und schauen, wer sich am Ende das Ding hier holt. Kronewegen ist vorne. Bleibt er das auch? Nein, auf den letzten Metern. Milan. Vorfan Art. Ronewegen. Auf der 3. Gar nicht mal so scheiße angefahren. Roglic wird hier 11. Im Sprint. Und Haller 14. Naja, vielleicht kommen wir irgendwann mal nach Paris mit einem richtig guten Sprinter. Dann können wir hier auch mal gewinnen. Und wir hören mal ganz am Ende, was unser Champion Primoz Roglic hier zu seinem Sieg zu sagen hatte. Oh, ja. Uh, honestly, I am completely speechless at the moment. It was a very long journey after many years at JumboVisma without a win at the Tour de France. Now, new team, new environment, new riders in my team. And I would say, sort of difficult preparation for the Tour. Not everything went, uh, the right way, the right way. And yeah, in this Tour, we, big compliment at the whole team, at the whole management, Mr. Luke, especially, um, um, who formed a real unit from us riders and managed the whole Tour very, very well. And big, big thank you to my teammates. Without them, we would never made this. So thank you very much. And for me especially, it's, it's crazy. So there were a lot talking about, uh, I'm finished, I'm too old and in the new team, I, I have no chance. And don't have the necessary, uh, support to win the Tour. And now we are here, after three hard, intense weeks, competing against the very best of the best, against Remco, Tadej, Geraint, Simon. The list goes on and it's just an incredible feeling. Thank you so much. Yeah, das waren die Worte des Siegers Primoz Roglic zu seinem Tour de France Sieg hier. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch aus dem heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Mr. Luke zockt Pro Cycling Manager 2023. Ciao. Tschau. Das war's für heute.